Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch eingeht's gut. Ihr seid alle in einen sonnigen Sonntag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 44.724 US-Dollar. Also ihr seht, es hat sich echt wenig geändert seit gestern. Wir befinden uns weiterhin in dieser Range hier. Akkumulieren aber so langsam, aber sicher nach oben in die Widerstandszone. Also es sieht momentan wirklich gut aus. Wir hatten zwar hier drüben auch so eine Art Konsolidierungsphase, die mir aber überhaupt nicht gefallen hat. Aber momentan sieht es wirklich anders aus, was wir jetzt für den Kurs noch erwarten können. Vielleicht im heutigen Sonntag, Anfang der Woche. Darüber sprechen wir jetzt. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch. Wie gesagt, wir traden momentan bei ungefähr 44.700 US-Dollar. Wir halten uns stabil hier in diesem Widerstandsbereich, dieser 4-Stunden-Supply, beziehungsweise dieses Key-Levels hier oben, dieser Key-Level-Widerstands, um es mal so deutlich zu sagen. Darüber kennt ihr es. Haufen Widerstände weiterhin über uns hier bis ungefähr 48.000 US-Dollar. Aber wie gesagt, wir halten uns hier stabil. Wir nehmen immer mehr Liquidität da oben hin raus. RSI ist zwar relativ hoch, aber darüber mache ich mir momentan gar keine Gedanken. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. Alles noch, sage ich mal, im Rahmen. Ein kleinerer Rücksetzer ist natürlich weiterhin möglich. Einfach hier in Richtung unseres Abtrends. Also es wären dann ungefähr 43.300 US-Dollar. Ist auf jeden Fall möglich. Vielleicht noch im Laufe des Sonntags, im Laufe des morgigen Montags dann. Schauen wir mal. Und dann einfach hier diese Welle nach oben hin reiten, bevor wir dann wirklich am Montag hier diese 48k wirklich treffen könnten. Also ich bin momentan weiterhin einigermaßen bullisch gestimmt. Also nicht hyperbullisch hier. Aber trotzdem, es sieht wirklich momentan gut aus, die Konsolidierungszeit hier oben. Also kann man nicht vergleichen hier mit diesen anderen Sachen, wo wir immer diese Peaks nach oben hin hatten und dann nach unten hin wieder abgefallen sind. Absolut unterschiedlich momentan. Sieht aber wirklich gut aus. Also da mache ich mir erstmal keine Gedanken. Bitcoin weiterhin stabil. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal ein bisschen die Altcoins an, die doch ein bisschen volatiler sind. Ethereum konsolidiert hier auch ein bisschen. Aber dieses Rising Wedge kann man jetzt auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Da kann man eher sowas nehmen. Aber auch das ist hässlich deswegen. Abtrend gilt auch hier. Ethereum auch weiterhin bullisch. Wir kämpfen hier um das 0,382, wo wir schon die erste Rejection hatten. RSI im 60er Bereich sieht auch alles gut aus. Volumen abnehmend. Also ich denke, entweder wird es heute echt ein entspannter Sonntag oder wir sehen nochmal so einen ganz kleinen Rücksetzer nach unten hin. Aber es ist Wochenende. Volatilität ist für den A. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen Wochenende Finger weg von irgendwelchen Trades. Montag, Dienstag abwarten. Und dann sehen wir auf jeden Fall weiter. Gut, Cardano. Da fehlt mir jetzt momentan noch dieses höhere Hoch. Wir hatten einen Test der EMA Rubens. Hat absolut gepasst. Wir sind jetzt auch unter diesen RSI. Wir haben den auch nochmal bestätigt als Widerstand. Also ehemaliger Support im RSI. Ist jetzt Widerstand. Gefällt mir nicht so gut. Also hier wäre es wünschenswert gewesen, zumindest mal ein höheres Hochzubilden. Dann wieder ein höheres Tief. Das ist dann für mich eher so ein richtiger Abtrend. Und wir hatten halt hier auch diese Woche enorme krasse Pumps nach oben hin. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch erstmal ein bisschen konsolidieren. Eine kleine Range bilden, so wie bei Bitcoin ungefähr. Nur, dass die hier ein bisschen größer ist. Und einfach hier ein bisschen konsolidieren, um den RSI abzukühlen. Einfach mal ein bisschen Ruhe in den Markt zu bringen, um dann vielleicht das nächste Leg-Up, sage ich mal, in Richtung der 1,26 Dollar. Also bis da oben haben wir auf jeden Fall noch Luft. Das sind auf jeden Fall nochmal enorme Kurssprünge möglich. Liegt natürlich dann auch am Gesamtmarkt. Also 10% könnten wir ohne Probleme nochmal nach oben hin pumpen. Danach wird es dann wirklich entscheidend. Entweder nehmen wir die 1,26 Dollar hier schnell raus und pumpen dann Richtung 1,40 Dollar ungefähr. Oder wir kriegen dann hier die erste kleine Konsolidierungsphase beziehungsweise die erste kleinere wieder Abverkaufsphase. Müssen wir aber schauen, ist alles Zukunftsgedanke, solange die 4 Stunden E-Mail-Ribbons halten. Ist alles im Rahmen. Wir halten unsere wichtige 1-Dollar-Marke. Solange passt alles, aber ein höheres Hoch wäre einfach wichtig, um den Abtrend weiterhin am Laufen zu halten. Gut, dann schauen wir uns noch ein paar andere Altcoins an. VeChain hat ja gestern Abend enorm gepumpt. Auch hier hatten wir so ein ähnliches Adam & Eve Pattern, wobei das nicht so wirklich schön ausgebildet war wie bei Cardano, weil wir hier echt ein ganz tiefes Tief hatten, sage ich mal, und nicht so ein stabiler Boden war oder sich abgezeichnet hat. Deswegen war ich hier ein bisschen vorsichtig, bin hier in kein Trade. Hodl freut sich natürlich. Wir haben aber noch nicht das höhere Hoch gebildet. Also ihr seht es hier, wir wurden hier minimal vorher abverkauft. Wir haben zwar dieses Hoch hier rausgenommen, aber dieses Hoch hier wird entscheidend. Und sobald wir dieses hier rausnehmen bei ungefähr 0,07, könnten wir nochmal einen kleinen Schwung in Richtung 0,075 sehen. Hier war dieses letzte Hoch, aber das ist wichtig, dass wir rausnehmen. Dann haben wir, sage ich mal, die Trendwende hingelegt. Wir hätten ein höheres Hoch gebildet, so mit dem Boden, dann nochmal ein höheres Tief wäre wünschenswert. Und dann hätten wir hier wirklich einen fixen Boden. Wir haben den Downtrend durchgebrochen, sieht alles wirklich gut aus. Volumen war Bombe. Aber es ist natürlich auch Wochenende, deswegen immer ein bisschen aufpassen. Auch mit solchen Pumps besteht natürlich nochmal die Möglichkeit, dass wir hier nochmal in den Bereich von 0,058 runtergehen. Hier liegen momentan die Ribbons. Wir hätten diesen Pump wieder aufgefüllt. Und dann könnten wir einfach nach oben hin weiter ganz gesund steigen. Also das wäre so der Gameplan, den ich mir momentan ein bisschen gesetzt habe. Sollten wir einen Rücksetzer kriegen. Und natürlich der Gesamtmarkt sollte passen. Dann kann man hier auch möglicherweise in eine neue Long-Position eingehen. Werde ich euch natürlich dann nochmal auf dem Laufenden halten. Schauen wir uns IOTA an. IOTA haben wir auch die letzten Tage drüber gesprochen, dass ich hier einen Breakout erwarte, beziehungsweise auch hier eine Long-Position aufgemacht habe. Sieht ganz gut aus. Also wir haben auf jeden Fall noch Luft, was technisches Preisziel anbelangt von ungefähr 0,90 US-Dollar-Cent. Passt auch hier mit diesen letzten hoch. Wichtig wäre natürlich auch dieses dann rauszunehmen. Aber auch hier IOTA sieht momentan eigentlich ganz gut aus. Klar, RSI übergekauft. Aber das hatten wir so oft bei Altcoins diese Woche. Und IOTA hat eine Menge aufzuholen. Deswegen, erstes Preisziel wäre auf jeden Fall das von einem Symmetrical Triangle. Müssen wir mal im Auge behalten. Ansonsten wären sogar Kurse, sag ich mal, bis maximal 1 Dollar möglich. Sollten wir hier wirklich genug Schwung in der neuen Woche reinkriegen, die Marktsituation weiterhin bullish sein. Dann bin ich bei IOTA auch bullish. Also Stop-Loss ist bei mir jetzt auch mittlerweile im Profit angelangt, weil mir das einfach ein bisschen zu riskant ist, am Wochenende hier in irgendwelche Trades reinzugehen, beziehungsweise ob das hier wirklich ein nachhaltiger Move ist. Momentan sieht es gut aus. Volumen ist auch reingekommen. Also genießt es und genießt auf jeden Fall das Wochenende. Gut, dann was können wir uns noch angucken? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin so fertig. Komische Zeitumstellung. Ich werde alt. Phantom schauen wir uns noch ganz kurz an. Auch hier könnte jetzt in den nächsten Stunden erst einmal eine Entscheidung kommen. Also ihr seht hier, wir haben uns einen Abtrend gebildet. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons gelten weiterhin als Support. Jetzt wird es natürlich interessant. Wir haben hier übergeordnet unser komisches Falling-Redge-Chart-Pattern, wo wir jetzt ausbrechen könnten im Laufe des Tages. Wir haben einen 200er SMA über uns, der die ganze Zeit immer, immer wieder Widerstand war mit dem 200er EMA. Also hier könnten wir im Laufe des heutigen Tages auch noch einen Breakout sehen. Entweder heute oder aller, aller spätestens morgen wäre es wünschenswert. Vielleicht eine kleine Rejection oder ein bisschen über einen 200er SMA, 200er SMA bestätigen. Und dann haben wir wirklich Luft. Erst einmal bis ungefähr 1,71 Dollar. Nächster Step wäre dann hier dieser Monats-Pivot bei ungefähr 1,83 Dollar. Also wir haben bei Phantom enormes Potenzial nach oben, weil wir hier diesen rasanten Abverkauf hatten. Konsolidieren jetzt langsam in diesen Abtrend. Ares Eye sieht wirklich noch gut aus. Also das wäre so die nächste Long-Position, wo ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, reinzugehen, sobald wir hier möglicherweise auf dem 4-Stunden-Chart den 200er SMA nochmal als Support bestätigen. Ares Eye sollte dann natürlich passen, nochmal so eine kleinere Korrektur. Müssen wir dann natürlich gucken, ob wir hier überhaupt einen Retest kriegen, weil wir haben es bei Cardano und allen anderen Altgrund gesehen. Retest momentan ist wirklich schwer. Also es wäre jetzt risikoreich, hier sofort schon einen Trade aufzumachen, wenn dann muss man hier auf jeden Fall unter diese ehemalige Widerstandszone seinen Stop-Loss legen. Wenn nicht sogar bei ungefähr 1,30 Dollar. Ist natürlich ein bisschen Potenzial, sage ich mal, nach unten hin da. Können wir uns das mal ganz kurz prozentual angucken. Dann wären wir bei ungefähr 6% Risk. Muss man sich überlegen, außer man teilt sich die Position auf. Aber Ares Eye hat Luft. Wir brauchen jetzt natürlich einen voluminösen Ausbruch. Das ist natürlich das jetzt, was wir am Wochenende erwarten müssen. Aber ist natürlich schwer. Sorry. Ist natürlich schwer, weil wir hier überhaupt kein Volumen, sage ich mal, am Wochenende wirklich drin haben. Aber wir haben es gesehen, bei IOTA ist genug Volumen reingekommen. Warum nicht auch bei Phantom? Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns kurz die News an. Es gibt keine News. Es gibt noch eine aktuelle Lunar- und Atom-Chart-Analyse. Einfach um zu gucken, wie stehen diese Altcoins. Die haben wir zuletzt, glaube ich, wenig angesprochen. Vor allem Atom. Ansonsten wünsche ich euch einen sonnigen Sonntag noch. Klingt irgendwie lustig. Aber egal. Schönes Wochenende. Genießt den Tag morgen. Beziehungsweise nächste Woche kommen die Updates wieder früh. Könnt ihr euch darauf einstellen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich wünsche euch ein schönes, spannendes Wochenende noch. Genießt den Tag. Nicht zu viel am Chart gucken. Passiert eh wenig. Hoffentlich zumindest. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Und wie immer. Stay Crypto. Ciao, ciao.